Aufgrund der Ereignisse muss ich euch jetzt doch nochmal Szenen von diesem Spiel hier bringen, weil hier die größten Tricks und Rückkantbälle gespielt werden, die es so gibt im Beachvollball. Markus Böckermann mit Jan Rommund gegen Stefan Windschalp und Raymond Zenning. Wir hoffen mal, dass jetzt bei der Szene... Ja, genau. So was passiert ja eigentlich immer und dann macht man Ray irgendeinen komischen Fake. Markus wehrt hinterm Rücken ab. Sehr großes Volleyball. So was gibt es nur beim DKB Beachcup in Düren. Und morgen gibt es die super Überraschung. Fabian Kohl, seinerseits Zeichen Libero bei Evidio Düren, wird morgen Angelina Grün ersetzen bei den Frauen, sodass wir dann einen Mix sehen. Aber davon morgen mehr. Nehmen wir den Ball und wechseln noch mit, weil Stefan wieder zuspielt und dann passiert doch irgendwas. Oder auch nicht.